Boah, richtig Bock auf Müsli. Hast du Müsli schon wieder? Ne, noch nicht. Nicht so viel Crunchen, bitte. Ja, ich hau noch mit dem Löffel öfters mal gegen. Oh, es geht weiter. Was? Es geht weiter. Kann nicht. Das ist doch scheiße. Der Ball, wenn der unberechenbar wegfliegt, dann ist der viel unberechenbarer als mit so einem Druck. Jo, sehr schöne Reise, die geklärt. Reise Rücksichtsversicherungs... Reise siebenfach knöderig. Knöderig. Alter, der war aber passt genau unter die Latte, Leute. Oh, Puffi ist weg, verdammt, Alter. Nee, Puffi ist da, verdammt. Ja, wir haben jetzt Profi in unserem Team. Puffi vor dem. Hallo, Puffi. Entweder da. Ja, das interessiert kann. Du wurdest wegen Inak-Kakta verfuckt. Genau, du wurdest verfuckt wegen Kakta-Fakta. Ich sag nur eins. Ficker, Fickende, Ficken, du Mösen. Und das, nein, Fickende, Fickerfotzen. Jetzt ist mir das auch nochmal eingefallen. Ja, das ist halt ein Pornobitel. Premium Pornobitel. Okay, ich möchte bitte, dass du, wenn du das in so ein Video schneidest, dass du jedes Mal, wenn du Pum oder so sagst, oder so ein geiles Bild von euch so einem aggressiven Typenrein war das. Ich mach einfach einen Pum-Counter. Pum! Und dann kommt es halt so ein Bild von so einem Typen kommen und eine Explosion und ist. Ja. Den hab ich nicht! Der Pater ist wahrscheinlich Pum. Ich dreh mich. Ja, ich spiele den gerade schon, oder was? Ja, natürlich. Ich hab du bis wegen AFK gekickt worden. Achso, dann mach der einfach weiter. Es geht nach einer Zeit einfach weiter. Ja, ja, würde ich auch sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, also sag ich das auch. So, Hendo, jetzt zeig ich dem hier, was eine Hake ist. Ja, geiler, geiler. Zack, und in der Mitte. Oh, shit. Knattern. Sehr. Oh. Hochgehoben, Leute. Hast du gesehen, ey, wie ich den aber auch mit dem Rückmärz seit hochgemacht hab? Weißt du, was ich dazu sage? Guck's dir an. Armk. Hier. Hier, zack. Eine Zartbitterschokolade. Puffy mit seinen 10 Punkten schreibt guter Schuss, weil er sowas noch nie gesehen hat in seinem Leben. Magie Puffreis. Magie Milchflipp. Oh, Lord. Ball hat den in die Mitte und das Ding ist... Oh, Junge. Der ist richtig hart. Ich versuche, in die Mitte zu ballern. Oh, ja, ich merke schon. Geile Mitte. Ja, der hat ihn nochmal berührt. Ich sag ja, dieser Fock ist irgendwie ein bisschen berechenbar. Oh, du kannst dir da nicht einfach hochzwiebeln. Jo, und jetzt auch in unser Tor reinlegen. Ganz stark. Du musstest den überst vorlangs legen. Was? Ich wollte das Release da zu wissen. Von dem Part oder was? Ja. Ja, nee, sag ich nicht. Hä, kann man es vorbestellen? Ja. Ein 1 Euro. Ich nehme Müsli. Ich nehme Müsli. Oh, Junge. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, was dieser Typ macht. Das ist kuffig. Ich will mich jetzt übel ausrasten, aber nein. Lass dir diesmal nicht die Wand hochfährt, ist aber auch Reiden. Ja, echt so. Komm, Kevin, komm. Bam. Welcher Kevin? Der Typ da drüben. Heißt der Kevin? Ja. Echt? Ein Teil in seinem Namen, Kevin. Kevin Nulat. Ja. Und der andere heißt irgendwas auf Chinesisch. Kevin Nulat heißt auf norwegisch Lusche. Oder kommt was? Bam. Oh, ich fliege. Okay, jetzt nochmal ein Schuss. So, der kommt in die Mitte. Nee, der kommt nicht in die Mitte. Doch, der kommt. Der sinkt ja schon vorher ab. Jetzt kommt er zu uns in der Mitte. Alter, wie der Puck vor allen Dingen noch so... Mach, wenn der nicht vorbeifliegt. Das ist eine Ecke. Ich fliege. Den nehme ich. Hanno, du musst dir noch ganz ein Stück nach links. Nicht nach rechts! Ich wollte eigentlich den gegen dich spielen. Easy. So geht das, ja? Einfach flach unter Poppes durchgeschoben. Ja. Guck's dir an. Ganz leicht denkst du dir, oh, ich glaub der wird gleich springen. Und Puppes. Puppes. Und jetzt drauf, so... Bam! Explosion. Könnte behalten. Oh, Junge. Jawoll. Knattern. Und ausgetrickst. Meiner. Ist nicht einfach immer den Fuß wegsnackern. Nee, ist erst mal meiner. So. Und... Boah. Puppi kann halt echt gar nichts. Oh. 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 Gesessen mit Feuer, der klebt einfach dann an der Wand. Richtig dinglich online. Haben wir einen Doppelpass gemacht? Ist schon ein reingespieltes Team. Kannst du ja mit dem Duo machen. Nee. Jetzt kannst du ihn reinknattern. Oh ja, nee. Ich bin auf der anderen Seite. Puppis da. Nee, mach ich selbst. Oh nee, doch nicht. Puppi, mach den. Alles klar. Puppi, best man in the world. Ja, ich hab ihn im Bauchs fragt. Ja, gut. Alles klar. Hendo, best man in the world. Ja. Wenn ich vorbeifahre. Luschen. Okay, hat Olli. Olli. Oh, Olli fuhr da richtig an. Und nochmal wurde er weggebummst. Oh, den hab ich schön hochgelegt. Oh, den ist er nicht schön. Hab ich in die Mitte gelegt. Oh, da fährt er dran vorbei. Oh, sehr schön, Hendo. Oh, sehr schön, Olli. Ich bin da bitte nicht Olli. Ja, ich hab weggefickt. Alter, was ist denn los mit dir? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn los mit Margot? Margret. Sehr schön. Oh, der ist gut weiter geschnibbelt. Jo, hab ich da extra so hingelegt. Ah. Und Olli. Nee, und Hendo. Und Hendo. Ja. Was ich wollte ihn jetzt eigentlich machen, aber du musst ihn ja wieder so eigensinnig. No luck involved. Hendo, wir machen das. Da, deiner. Ich komme mal. Da, wollte man mal von der Wand weg. Sehr schön gesehen. Fuck, hat er so schon gemacht. Jo, Olli. Kannst du da mit aus meinem Arsch rausgehen? Split up, FFS. Oh. Ja. Fast. Ronaldinho. Ich hätte den Ball jetzt gerne so geknattert wie mit dem Puck. Das ist richtig geil. Geh mal weg da. Boiläu. Da bist du drauf übergeflogen. Aber der hat ihn, das war ja extra so. Natürlich. Alter, kann der mal aufhören, die ganze Zeit wie so ein behindertes Rindvieh da gegen den Ball zu spielen? Habe ich gelockt. Knattern. Oh. Ja, sehr schön. Olli macht ihn. Nee, das ist ein Stück zu weit. Schade. Okay. Können wir ihn, bitte? Ja, und rein. Alter. Das sind wir bereits geknattert. Das sind wir bereits geknattert. Das war minimal gefährlich. Oi. Don't spam your fucking piece of shit. Alter, wir sind hier in der Sword Area. Where you belong. Ich habe da ein bisschen zu viel Prison Architekt gespielt. Obwohl es ja, glaube ich, kein Gas Chamber gibt. Weil der Typ schreibt. Man sagt, wow. Ich bin fast ein Tor kassiert bei der Tür. Schrei. Oh, warte, ich muss jetzt mal gleich aufs Klo, Alter. Schon beitritt. Fuck mal. Jetzt muss ich fünf Minuten durchhalten. Also geht los. Ja, aber ich merke schon. Alter, ich... Jo, ist irgendwie wirklich so, ne? Ja, wohnt der da? Oh. Ja, da ist ja immer noch ein Meister da oben. Oh. Oh, natürlich. Also... Weißt du, ich denke mir jetzt, dass wir jetzt immer so... ...lieber ein bisschen früher springen. Weil die anderen sind meistens immer vor mir da. Oh Gott, der hat mich wegge... Foul. Schiedsrichter. Der hat mich wegge... Foul. Schiedsrichter. Random. Fuck it's. Show me your... Smile. So, wir spielen jetzt doppel. Nein. Doppel, doppel, doppel. Spiel mal. Doppel, doppel, doppel. Shotgun blast you. Doppel, doppel, ha ha, what? Jo, drei, sieben Sekunden, drei Tore, passt. Ich geh mir dann nochmal was zu trinken holen, ja? Sieben Sekunden, äh, das schaffe ich mir Müslid zu machen. Jo, ich geh kurz was zu trinken holen, bis gleich. Lappen. Oh Gott, nicht runterfallen. Lappen. Erstmal lasst du mich hier essen, hier, ne? Ja, deswegen spielen wir weiter, ne? Das ist nämlich wie... Ich höre das Geräusch. Dieses unglaublich penetrante. Und ob Hendo dann in der nächsten Aufnahme an seinem eigenen Müsli erstickt. Das seht ihr in der nächsten Folge von Rocket League hier auf dem Kanal RockkartoffelLP. Wahrscheinlich am nächsten Wochenende wieder mit diesem Projekt. Und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einen Kommentar oder eine Bewertung dalassen würdet. Ich denke, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Bis dann.